Hey und willkommen bei einer neuen Folge auf unserem Kanal und ihr seht mich in game und in der facecam also das heißt ja mein pc ist repariert ich kann wieder zocken und deswegen auch direkt erstmal eine runde versus und wieder mal gegen den Patrick Kleine sparte steht da hinten schon diese ich will nämlich eine kleine versus runde giege also mit der scout und wie ich auch immer wie log ange gesagt hatte ich habe alle meine skins verkauft und deswegen das seht ihr auch gerade weil ich mit den standard sachen spieler patrick hat einfach einmal du wichser okay warte ich muss nachladen kleiner wichser kommen wir ja du kleiner spaß die ihr wundert euch sicherlich warum steht es 1 1 oder stand es eben 1 1 weil wir ja weil du ja wenn du wieder dein headset hast aber sagen wir es mal so wenn du aufnimmst ist die qualität von einem headset anders als wenn du jetzt im teamspeak bist ich sag mal so ich finde es im teamzeug irgendwie besser ja was meinst du are miese hure warum darf man Ja, runter, komm! Kämpf ihn, Mann! Messerfeind, hä? Kannste vergessen, nur mal fein! NEIN! Hast du bis jetzt überhaupt keine Runden, nicht gewonnen? Kurze Verteidigung, ich habe ewig keinen Counterzweck mehr gespielt. Und du hast während der Zeit immer schön geprobt. Aber wie übt, sagen wir es mal so. Und übrigens, ich entschuldige mich für meine Haare, dass die so scheiße aussehen, ich weiß nicht mehr, dass es zum Frisei und, äh, ist einfach schlimm. Und übrigens, ich entschuldige mich dafür, dass Sascha allgemein scheiße aussieht. Du bist so ein Wichser. Der war nämlich immer noch nicht bei der Schönheits-OP. Du bist so ein kleiner Spassier, aber irgendwie hat es mir gefehlt. Du bist so ein Wichser. Ah! Hack auf! Ah! Das ist dein allererster Sieg von vier Runden. Das ist dein allererster Sieg von vier Runden. Du bist schon ein Wichser. Ja, ich bin ein geiler Wichser. Nein. Doch. Nein. Hat man ja in dem, äh, Vlog von Pieper gesehen. Äh, vom lieben Dudu's World. Hallo! Oh mein Gott! Alter, du hast grad mega geleckt. Du hast ultra die Robo-Stimme gehabt. Echt jetzt? Ja, du hast so Alles klar. Oh, Junge. Oh Mann, hab ich das irgendwie vermisst. Ich bin froh, dass ich einfach nur wieder zocken kann. Aber ich werde mir, äh, ich werde mir nächsten Monat ein, äh, Mikro bestellen. Das ist gut. Junge, Alter. Oh, fick dich doch. Ein verdienter Sieg! Warte mal. Du bist gerade am verlieren, also... Ich mein, die, die eine Runde da. Ja. Zwei von... Ah! Boah, hab ich diesen, diesen, diesen Schrei einfach bei Counter-Strike-Fan-List. Verdammt, ich treff dich einfach nicht. Junge! Wo bist du? Weggerannt. Ah! 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 Das war der erste Sieg für mich. Ja. Bis gleich. Willkommen zurück bei der nächsten Runde. Ja, ihr seht, es ist schon wieder 1-1, weil, irgendwie... Wichtig. Ah! Weil ich dir irgendwie eine mitgegeben habe, die letzte Runde. Nein, es steht 1-1, weil irgendwie diese Map jetzt total nämlich ist. Wir sind wirklich gleichzeitig reinge... Gleichzeitig reinge... Gleichzeitig reingejoint, ähm, fast. Äh, wir sind gleichzeitig reingejoint, aber haben trotzdem irgendwie, ja, keine... ...mhm, denn hier habe ich doch irgendwie den ersten Punkt bekommen, dann habe ich mich in die Hoden gekillt und... Richtig. Ich habe die in die Hoden geschossen, hab den nicht die Hoden gekillt. So ein Eckshot tut schon richtig weh. Tja. Warte mal stehen, sage ich, ich kann doch über alles reden mit zwei, oder? Dann drauf zu schießen! Okay. Da ist er doch. ich habe gar keinen schuss von dir gehört von wieder da oben der seite das von so einfach zu habe ich überhaupt getroffen hast du auch drauf es ist so traurig dass ich mein messer nicht mehr habe aber ja gut du kleiner schaffte ich habe dich erst nicht gesehen mein freund du kleiner lacker ich sehe dich aber hast du gedacht mit dem ersten schuss triffst du mich ich hab dich doch beim ersten schuss ich getroffen und nicht getötet das traurige ist dass ich gerade am führen bin obwohl ich ewigkeiten kein ewigkeiten kein counter-strike mehr gespielt habe ein kerkraftwerk mit keinen counter so lange keinen denktap ich kenne Gelke ein kogela kräg mich auf es ist so traurig dass ich so schnell wieder auf уж IM skater gespielt hast. Dann kann Kauka Quack! Das heißt jetzt Kauka Quack! Weiß noch nicht. Oh! Oh shit! Das stimmt, das stimmt, aber ich würde mich triff. Ja, da war jetzt scheiße. Hätte ich eigentlich weggemacht, aber diese, diese, ähm, Spawnschutzzeit da. Die hat dir so den Arsch gerettet. Siehst du, dieses Mal war sie nett. Ist irgendwie merkwürdig. Die Map hier ist komisch. Kann man eigentlich durch das Glas schießen. Keine Ahnung! Bleibst du jetzt mal stehen! Eine Runde gibt es noch! Eine Runde gibt es noch! Und die mach ich unentschieden. Ich schenk dir keinen Sieg. Ich werde dir keinen Sieg schenken. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Komm raus, die kleine Hure! Wo bist du da? Wo bist du, Junge? Hab ich getroffen? Wo warst du denn? An dem Punkt hab ich dich getroffen. Wo warst du denn? Ich hab doch deinen Ellenbogen gesehen und da hab ich dich weggenommen. Ich hätte auch aufnehmen sollen. Da hätte man die Szene sehen können, aus meiner Sicht. Nein. Okay, wir sind jetzt bei der letzten Runde. Bis gleich. Jetzt schau ich mir direkt rein. Los! Welcome back to the last round. Und ich weiß nicht wie wir es geschafft haben, aber wir haben es geschafft, bei einem 0-0 reinzukommen. Das ist keiner irgendwie gewinnt. Wir sind wirklich so schnell reingejoint. Patrick, du miese Hure. Wo bist du? What?! Hab ich dich getroffen. Wo bist du denn? Da oben. Runden oder oben? Keine Ahnung. Ich geh mal weg. Du miese Hure! Du miese Hure! Du miese Hure! Ja! 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 Du miese Hure! Du miese Hure! Dammt! Du... Spassi! Ich bin zur Scheiße, um zu treffen, Mann! Ich gucke dir aber drauf! Hahahaha! In der Maschine! Und wirst du nicht zu treffen! Hä?! Da kann er das Glas nicht durchschießen! Ich hab den... Ich... Dein Kopf, Alter! Oh Junge, fick dich doch! Obenspawne! Ich kann von unten nicht... Aha! Juhuhuhuhu! Oh ja, klar! Und du bist wahrscheinlich oben gespawnt, oder? Ne. Wo bist du? Im Turm! Ah! Ah! Wiese Hure! Ach nein! Ich dachte ihm den Sieg jetzt nicht kennen! Lass mich oben spawnen, bitte! Ja, okay! Hier ist gut! Hier ist gut! Jetzt kann ich Sascha wegmachen! Und ich habe ihn aber auch gut getroffen! Nö! Überhaupt nicht! Aber so! DAY WOOOOOOON! NEIN! 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 Du mieser Hure! Du mieser Hure! Du mieser Hure! Bist du ein Wichser! Ja, damit hast du nicht gerechnet! Ne, überhaupt nicht! Was?! Wie kannst du ihn stehen treffen, wenn ich mich bewege? Ich habe ja genug gezielt! Ja, eine halbe Stunde, oder was? Dann kann ich dich aber auch grad fragen, wie du mich einfach während dem Gehen getroffen hast! Ich schaff dir keinen Sieg schenken! Du mieser Hure! Was?! Ja, du hast bis jetzt ein Sieg! Ja, oder? Unentschieden dann! Also wenn ich jetzt reiße, ist das die erste Runde, wäre es mit unten entschieden! Du! Du! Du mieser Hure! Hab ich dich immer mal getroffen! Ne, aber ich dich! Du komm ich wieder! Hier kommt der Rage-Train hier! Du! 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 mir sein kopf raus steigt habe ich dich getroffen ich habe deinen kopf die ganze zeit getroffen ich eigentlich auch deinen kopf aber du bist du wo bist du willst du mich verarschen du bist schon wieder wenn ich auf dem tor weiter sagen ich habe mich gesehen hat einmal neu wo nein fick dich da bist du nicht wo bist du bei mir auf dem torm haben sich getroffen wie viele live hast du noch dann sage ich auch meins jetzt versuchst du mich von hier zu kalt mann ich habe mich doch noch bewegt hast du gewonnen ja dann müssen wir jetzt aber noch ein fight machen nein 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 das war wie wir machen wer wäre das spiel wer ist das best auf die digger wenn wir doch damit zu bekommen komm wir müssen jetzt mal ok nächste folge vier runden bis gleich ein wecker back hoffentlich will ich es last war doch ein schlacht wurde jetzt also wieder und entschieden die kleine stelle folge nach meinem comeback oder außerdem 40 40 abo folge ja man stimmt wir haben jetzt mittlerweile 41 abonnenten was ich extremst geil finde aber wie das kleine special haben wir hoch gelandet noch mal ein riesen dank an sakura speedwars wo ich als erstes den namen falsch geschrieben und so ja jetzt ist es der 1 1 1 weil wir einfach zu doof sind weil sascha dieses mal zu ich gesehen ja er hat getroffen ok kann das sein du hast mich eben nicht getroffen oh mann sie ist der kleine wow ja hast du nicht mitgerechnet ja ist klar weißt du ja der gibt mir im gehen eine Hände weißt du warum hast du diesen spawnschutz wieso ist der manchmal aktiviert ja kommt versteck dich in die kleine bastard ich hab den turm runter ja ja jetzt muss ich wieder so schnell aufholen hat doch eben auch geklappt aber trotzdem hast du verloren ja dann verliere ich wieder du kleines monstrum wo bist du ist das denn ernst hä wo bist du denn ist das denn ernst ist das denn wie ist das denn mein 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 Wo bist du, du Hure? Ich hab nicht damit gedacht, dass er gerechnet hat. Ne, das gewinne ich nicht. Boah, Junge, ich hab dich unter mir rennen gehört, ne? Ja, deswegen wusst ich, wo ich... äh, wo du bist. Du kleine Miese hoch, rennst du jetzt oberhalb zu mir, oder was? War mir klar. Du, Drecksack. Du, Drecksack. Du, Drecksack. Drecksack! Habe ich dich überhaupt mal getroffen? Ja, aber ich dich. Sag, aber ich bin die ganze Zeit voll auf dir drauf. Da müssen wir noch mal kurz ne Pause einlegen. Jetzt aber, oder? Ja. Leck. Ja, Alter, war bei mir gerade unter der Leck. Ja, bei mir auch. Ja, cool. Deswegen hab ich dich weggeleckt. Oh nein, das hab ich nicht mehr. Gasschen. Du hast nur gewonnen, weil du geleckt hast. Weil ich geleckt habe. Pff. Gernst du schon wieder unter mich? Ist das denn ernst, Patrick? Ich hab dir von oben, hätte ich dir einen scheiß Zetter gegeben. Ich hab dich noch in den Rennen gesehen, Digga. Was sagst du denn nicht? Ich hab doch gesagt, ob es ist dein scheiß Ernst. Das ist klar. Nein! Eine Runde geht noch, komm mal. Ist dich verarschen? Oh, das war jetzt lame. Der hätte auch die eine Runde mir geben können. Boah, Junge. Ziemlich unverdienter Sieg für Sascha. Geil. Leute, I'm back. And see you later. Und einfach nur geil. Und dann gucken wir uns nochmal für die 40 Abos, hab ich letztes Mal nur in dem Chat gesagt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und haut rein.